Hallo und willkommen bei Rainbow Six Siege. Ich habe mir heute mal was besonderes vorgenommen mit dem Sebastian. Wir machen heute mal eine etwas chill... ja ok, gleich beim Angreifen machen wir eine extra chillige Runde. Ähm, wen packe ich jetzt ein? Wir sind in diesem kleinen Räumchen. Das ist ein Räumchen. Oh mein Gott, erstmal stumm stellen? Ich habe von dem nichts gehört, muss ich sagen. Ja, ich habe nur gehört und da war direkt... hatte ich schon keinen Bock mehr. Boah, wem packe ich ein? Komm, scheißegal, bandit. Hä, warum hat er kein Operator? Hat er bei dir einen Operator? Ja, einen Rekut. Ja, im Ding... hä? Oh, Stufe 8. Hä? Lol. Und jetzt ist er raus. Und wir kriegen keinen dazu. Ja, die letzte Runde haben wir abgebrochen. Weil... Ja, ich wurde wieder geteamkilled. Die ganze Zeit, äh, die ganze Zeit, ich wurde halt ins Netz gezinkt, ich hätte die ganze Zeit, dann habe ich mich geworfen. War wieder wunderbar. Herrlich. Aber gut, ich bleibe dich aus dem Onlinespiel, da gibt es immer Höhen und Tiefen. Ja, ich bin nur meiner, meine ich immer dabei. Ja, leider. Du sagst falsch, sagst man über den kleinen Raum. Achso, aber ich dachte, ich habe mir das Fenster zugemacht und die Türen wollte ich jetzt hier zu machen. Ja, dann mach so, mir egal, hauptsache ich kann meine Dinger legen. Und dann hätte ich jetzt hier halt die Wände noch zugemacht. Und dann hätte ich jetzt hier halt die Wände noch zugemacht. Und dann hätte ich jetzt hier halt die Wände noch zugemacht. Jeden Preis. Einer bin verletzt. Nitro wurde platziert. Nitro wurde eingesetzt. Schade. Also, Dingens habe ich auf jeden Fall, Kapital ist verletzt. Nein! So, jetzt ist die Frage, kommt die von oben oder von unten? Kommt von allen Seiten. Stairs? So. Nein, wie kann der mich denn erwischen und ich ihn nicht? Stairs. Voll, wir haben schon zu zweiter hingeschossen. Ey, der hat einfach nur reingesprayt und hat mir direkt einen Headshot gekriegt. Nein, der hat meine Dinger versaut. Fuck! Nein! Da musste ich nachladen. Scheiße. Jackal. Jackal. Ich hätte noch zwei holen müssen. Ja, easy. Drei habe ich ja geholt, verdammt. Ah, da steht Jackal da oben. Aber die ersten drei, die habe ich alle gut weggeholt. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui und da standen wir zu zweit haben nach oben geschossen und er hat uns halt mal beide weg holt bei mir einfach nur ein gesprayt und hat mir so eine rente hier oben auf jeden fall um die runde weiß nicht vielleicht gewinnen drohne zerstört ich habe eine drohne zerstört auf einer wand ich muss nicht mal im sturm stellen ich werde ich doppelt der gegner versucht nicht mehr den behälter verhindern ich habe ich erst mal stumm gestellt der war auf jeden fall noch unter 18 eventuell auch unter 10 und unter acht aber gut er ist ja schon stufe 54 das heißt seine eltern sind cool damit dass er das spiel spielt so lesesaal nicht die optimale bin spielig ich bin mal muss ich pack mal muss sie ein glaube ich wir kriegen immer noch keiner zu ist immerhin haben wir schon mal für den zweiten der russ gegangen ist noch eine zubekommen ich nehme das gut meine erste runde lief ja ganz okay hoffen dass die anderen jetzt auch so laufen dass sie aber auch gewinnen ich versuche hier so lange abzuwehren ich bin ja gar nicht hier hinten ist noch ein ding ist kaputt gegangen ein stör sender bleiben zehn sekunden ansetzt sich den hirn noch fünf sekunden die gegner haben den bio gefahrgut behälter lokalisiert ok wieder kapital hier bei mir ist wenn du in dieser zone bleibt geschossen rechts von hier bin entdeckt worden ok wir haben oben fuß reingeballert werd die ganze zeit entdeckt nein ich habe gerade gesehen wir sind jetzt auch am dropper ok der ist immer noch da an der tür wir haben den gegner von der sicherung des bio gefahrgut behälter abhalten hier sind zwei stück den bio gefahrgut behälter abhalten ist jetzt nach rechts ein gegner bleibt nice so sieht das aus alter aber kacke dass du nachladen egal egal ja egal wir haben was geholt mit vier gegen fünf keinen assist geholt keinen getroffen wieder so vorsicht die werden spawnpeaken aber richtig die werden richtig spawnpeaken allein weil ich damit gerade zweimal erfolg hatte werden die das machen wahrscheinlich auf jeden fall oh mein gott der kleine junge spielt kali hat er schon was gewissen ein kill ja trotzdem dass wir vier gegen fünf die ganze zeit spielen ist es eigentlich ganz okay ja das stimmt so jetzt will ich was sehen von dir so wie du es in der letzten folge angekündigt hast ey noch muss ich ja in die folge reinkauf, vielleicht hab ich ja schon eins dafür hast du dich aber ziemlich wenig gefreut dafür dass das ein ace war ja ja wenn ich nur noch hotel die sicher bin kessel, oryx kessel, oryx kessel, oryx, 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 o nix lol jetzt haben sie keinen bandit mehr einsatz in fünf sekunden eiserdok war das ja oh ich wählte den mal hä, ich dachte ich hätte caveira gesehen weiter zu seiner position kommst du mir mit ne etage nach da oben können wir machen oh oh hier ist schon mal einer drin ich wechsle das магазin weiß ich sprengladung warum käytten nichts denn hier eins sprengsatz einsatzbereit vorsicht so wahrscheinlich selber nicht nein oryx ist in den stairs oryx das helfe leben er ist jetzt rechts jetzt rechts ist er links jetzt deinem raum links an den treppen unten ja ich weiß ich wollte mich nur hinter ist da ist ja gewesen wo das blut ist das gerne mal nach nach steps seinerseits hinter ist es geht zu uns erst geht es uns erst auf jeden fall steps vor ihm da müssen welche sein aus der origine ist nicht tot da sie sind wo ist natürlich mal um ob können wir das jetzt erst schön vorsichtig legt man die claimer an die treppe hinter mir jetzt mal so dass nach unten das falls er dich holen will das problem ist karl ist dieses kleine kind legt aber die mine vor legt da die mine vor wenn die dich von da haben jetzt aufreißen nicht von da holen wollen lauf die genau rein vorsichtig schritte bei dir genau genau frontal genau frontal dass wenn er aufmacht dass er nicht mehr dran wenn er aufmacht dass er sofort drin steht das muss der muss sofort links von der links von der ein gegner übrig okay das war es ist keine mehr immer die mine auf und stell die genau frontal vor die tür dass wenn er aufmacht direkt in den strahlen steht also noch mehr weil er macht er auf und steht in den strahlen ist tot jetzt geht links lang das ist rechts egal also er ist egal dass ich habe ich gucke er ist im raum er ist auf jeden fall im raum also sehr vorsichtig da kann überall sein das ist egal aber egal von zwei seiten eingekistet das ist das heißt es reicht dazu dass ich auf den geschossen etwas abgelenkt war er hat sich auf mich konzentriert und dann und er wusste dadurch auch wo er ist vielleicht wir holen gut auf würde ich sagen aber ich muss meine sensitivität ein bisschen höher stellen irgendwie mit visier zielen brauche ich ein bisschen empfittlicher ich sollte vielleicht auch mal was auswählen ja der zur not kriegst ja was früher sind und rekruten dann bekommen mittlerweile kriegst ja wenigstens ein operator zu ich wollte ich wollte eigentlich nehmen jetzt verteidigt wenn ich ehrlich das leben höchste dort gut so oder so werden wir auf jeden fall gewinnen oder verteidigen also ich bin ehrlich davor doch irgendwas zu machen jetzt ich kriegedeckt ja bäuer kücheln und meinst schon obenrum in der main Ich habe keine Ahnung, warum die immer diesen einen Raum das safen, ne? Aber das gerade mit der Sprengmatte war geil, ey. Noch fünf Sekunden. Okay, Kapkan. Kapkan. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälders. Okay, ich versuche mal zu gehen. Oh, nein. Irgendwie. Ernsthaft, dieser Scheiß, warum schützt die Camp? Okay, hier ist schon mal kein Spawn-Kieker gewesen. Das hat nämlich schon erstaunt jetzt. Ich gehe mal oben drüber, kommst du mit. Magazinwechsel. Ich brauche dich schon als Step-Reader. Geh mal hier rein. Auf, Vorsicht. Irgendwo wurde ich auch an. Hier ist war unten. Einer von uns. Tell me, baby. Ah, hier ist Steps. No. Hä? Nein? Sind hier ist Steps? Nö. Komm rein da. Bum, 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 bum. Hier sind Steps im Nebenraum. Kommt jetzt in deine Richtung auf jeden Fall. Jetzt löst ich die Steps auf. Hier kommt einer in die Treppe hoch, glaube ich. Nice. Ich glaube, das war Kaprennen. Nur noch wir beide. An den Treppen ist noch einer. Oh mein Gott. Oh nein. Ah, die Kamera verwirrt mich. Ein Verbreiter vom eigenen Trupp. So, ich habe hier eine Claymo an den Treppen hingestellt, falls er da runterkommt. Der Raum scheint leer zu sein, wenn ich das wirklich sehe. Die Drohung noch ein bisschen weiter links rüber stellen soll. Die Runde wird noch einmal rum. Hier, Mosi. Das war noch der Überall. Musik kommt in deine Richtung jetzt. Ist aber über dir gewesen. Ja, komm. Hier ist Mosi. Warte, 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 warte. Kommt jetzt die Treppe runter? Na, ich habe doch geschossen, Mann. Willst du mich verarschen? Ach, da war noch ein anderer. Ja, der hat direkt, wo ich da war, aufgemacht. Aber ich habe geschossen, willst du mich verarschen? Meine Fresse, Alter. Weißt du, da holst du so viele Leute und dann auf einmal klappt es nicht mehr. Ja. Gut, da hat doch einer wieder 180er Ping. Also, ich wundere mich nicht. Ach, Mann, ey. Wie kacke ist das denn schon wieder? Du hast halt nur so viele Abschüsse wie die anderen drei deutlichmals im Ansatz zusammen erreichen. Ja, aber das ist schon wieder nervig. Mein Gott, ey. Da hole ich noch so viele, weißt du? Ja, die Runde hätten wir einen nicht holen müssen. Eieieiei. 2-2 war jetzt unnötig. Ja, das war... Aber gut, was soll ich machen? Ich habe im Kopf gezielt, ich habe geschossen. Nichts kommt an. Aber Mosi war ja jetzt auch schon noch ein bisschen zu dir da. Ja, aber den hätte ich ja dann geholt. Der hätte ja keine Ahnung gehabt, wo ich dann bin, wenn ich Dings geholt hätte. Ich konnte nur nicht mehr weg, sonst wäre ich ja weggelaufen. Nur wenn ich weggelaufen wäre, der runtergejobbt, der hätte mich sofort geholt, weißt du? Übrigens greifen wir schon wieder an. So viel zu unserem Glück. Kapkan. Sag mal bitte Kapkan. Kapkan im Job. Ich fahr mal nach oben, ne? Castle. Nein! Ah, ich hab noch gefunden, gut. Ich glaube Echo habe ich noch gesehen. Ich glaube Echo und Castle. Oh, Bandit. Mosi. Nein, fahr doch da rechts rein. Hinter dir, hinter dir. Da, fahr da rein. Rechts, 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 rechts. Da. Und der Ping ist jetzt nicht. Egal. Ja, okay. Das sparst du dir den Weg. Okay, kein Spawnpeaker. Ich würde vorschlagen, wir gehen... Nein! Ich würde vorschlagen, wir gehen ganz nach oben. Wir gehen über den Dropper rein. Ja. Ich will sie! Ich mach hier auch mal auf. Oh, ich hab gar keine Sprengbarten. Hast du Sprengbarten? Ich glaube, es ist ja mal. Ja, aber das sind ja die Verschwendeten. Dann soll ich mal. Und dann hab ich nur Claymore's mit. Okay, hier oben rennt auf jeden Fall einer rum. Da sind Steps und da ist eine Kesselwand links. Ja, mach mal hier auf. Ich koste den doch mal jetzt oder was? Ja, ja. Kapkan ist down. Kessel auch? Oder wäre das halt ein Mozzi? Äh, Dropper ist offen. Komm, wir wollen Dropper rein. Hier sind wir dann ja zu zweit. Oh, ich bin hinter dir. Hab drei geholt. Soll ich mal die Kesselwand aufmachen? Hab vier geholt. Nice. Na toll, jetzt wollte ich gerade durch die Wand gehen. Mike, you are hacking. Sure. See it on YouTube. Splash Mike. See ya. Nice. Ich bin hacking, Alter. Ich bin so gut, dass sie denken, ich hacke. Ja, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 14 Schüsse? Äh, Dingsbums? Ja, ja, 14. Du hast fast alles alleine. Alter. Geil. Das ist mein neuer Highscore. Wir sind schon mit zehn in die Runde reingegangen. Bei dir. Das war schon mega total zusammen. Ja, gut. Das wäre jetzt ein passender Abschluss gewesen dafür, ey. Ja, das stimmt. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Tag. Tschüüü. 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 Tschüüü.